So, kommen wir doch schon zum besten Teil des Tages. Stefan und John haben ein neues Video, freue ich mich richtig drauf. Servus Stefan und John, ich möchte gerne euch ein neues Video beginnen. Viel Spaß. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euer Video beginnen. Ihr seid echt cool. Das ist irgendwie süß. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euer nächsten Vlog beginnen. Und damit herzlich willkommen. Und ja, viel Spaß bei dem Vlog. Und die Interessen von denen sind immer besser als mein eigenes. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Nein, geht das los? Vlog? Ja, ich habe ja noch etwas auszubessern oder zu... Ich habe wieder Simone Hobbs genommen. Ja, bessern habe ich ja versprochen. Noch besser? Ja, ich hatte ja hier, ja, keine Ahnung. Wie man das nennt, was ich da reingehauen habe, diese Lücke. Und es ist ja schon weiter nachgewachsen. Ich werde jetzt nochmal probieren. Ich werde das Ding jetzt auch richtig rumhalten. Stefan ist einfach ein Genie des Schnitts. Trotzdem wieder sehr viel Respekt, dass es nicht zu kurz wird. Und taste mich jetzt erstmal langsam wieder rein. Junge, das ist ein Meisterwerk, das Video jetzt schon. Ich traue mich gar nicht. Hältst du es wieder falsch rum? Nein, aber es kann noch kürzer. Ich mache mir jetzt echt vorsichtig. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Ich vermisse den, äh, auch herbe, Digga, den Rasierer-Sound. Also lange halte ich es auch nicht mehr aus. Ich höre den Zahn immer, wenn ich Arsch auf Null rasiere. Junge, ich habe, ach, Arsch. Ich meine, du wirst dir echt mutig, John, dass du das nochmal über dich ergehst. Die Vorstellung, sich den Arsch. Lässt, mach das letzte Mal. Junge, Q, weißt du, dass du eine fucking Berühmtheit bist? Unter den Reaction-Videos darauf, auf dem Danny-Kanal, schreiben die schon Kommentare. Q mit seinen Kommentaren immer MVP. Einfach schon, äh, Legende. Sprechen? Man sieht jetzt kaum noch was, das ist jetzt angeglichen. Ich sag's mal so. Hier, Stefan hat gesagt, ich soll es machen. Ich will es eigentlich nicht. Unangenehm. Das ist es, weil ihre Worte waren ja davor schon. Ich kann das, das, das. Und jetzt kann es noch besser. Und das kann es noch besser. Ja, du kannst einem gut ins Wort fallen. Ja. Also, falls jemand das Video nicht gesehen haben sollte, es heißt, ein großer Fehler. Und großer Fehler wäre auch, das nicht zu gucken. Also, das ist wirklich was Besonderes, muss ich mal sagen. Wegen euch muss ich jetzt immer, wenn ich Stefan sehe, an Franz Markus denken. Immer. Zuschauer zumindest. Corona hat es wirklich gemacht. Wenn sie jetzt meint, dass sie jetzt wieder alles gut kann, das hat sie auch schon beim letzten Mal gesagt. Wie gesagt, ich freue mich, wenn es zu Ende ist. Also, ich verstehe, dass wir das misstrauen, aber ich kann dir schon mal sagen, John, es sieht jetzt schon mal wirklich ganz gut aus. Also, ich freue mich jetzt schon auf den Vlog in den nächsten Wochen, wenn sie Stefan die Haare schneidet. Happy End, glaube ich. Glaube ich. Mein Kripo. Ich soll sie Mona auch mal fragen? Oh. Nee, nee, nee. Ich traue mich jetzt nicht so gut aus. Ich traue mich jetzt nicht viel weiterzumachen. Kann ich verstehen. Mashallah. Ja, warum nicht gleich so mit der Frisur? Oh, mir sieht es so gut aus, John. Mir gefällt sie persönlich ganz gut. Jetzt ist es mal eine Runde im Ferrari oder was? Aber was auch gut ist, wir haben von einem guten Freund, Stefan und ich, ein Lenkrad für die Playstation bekommen. Oh, oh. Ist dieses Lenkrad zu... Gar nichts zu Ostern bekommen. Ey, das ist geil. Stefan, haben wir überhaupt ein Rennspiel? Ja, ne? Na klar, hast du eins. Hab ich die Rennspiel bekommen? Scheiße. Ach, nee. Ja. Erstmal drei Stunden updaten. Und ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Updaten. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Fan von Updates. Aber ja, damit muss man leben. Und ja, mal schauen, wie ich mich mal ohne Playstation beschäftigen kann. Drei Stunden? Stefan, was habt ihr denn für eine Internetleitung? Gib Gas. So. So. Simon im Arm geht. Du darfst dir nur los. Komm, komm, das ist dein Neues. Du darfst dir nur los. Du darfst dir gleich bleiben. Oh, du bist voll. Ja, was? Dann kommt mal los. Kurzer Szenenwechsel. Ich mach das doch ja, Digga, sofort wieder. Ähm, wir sitzen im Auto, fahren Richtung Delmhorst und erstmal geht's in den Drive. Digga, bei Real Talk. Er sitzt vorne, Simone sitzt hinten. Was passiert hier? Junge. Was passiert hier? Jetzt, wo ich erwachsen bin und ich bin nicht in Dortmund, bin bei meiner Mom. Und wir fahren irgendwie oder nicht ich fahr und nicht sie fährt, sondern ihr Freund oder so. Dann fragt sie mich, ja, willst du vorne sitzen? Weil, vielleicht ist mir das hinten zu eng oder so. Dann lass ich sie auch immer vorne sitzen. Der ist einfach, das gehört sich einfach, dass die Eltern vorne sitzen. Gute Herziehung von Stefan. Junge. Aber nicht bei Meckes. Bei Burger King. Bei mir gibt's den Crispy. Aber okay, bei mir ist das auch so. Muss jetzt nicht bei jedem so sein, aber bei mir ist das auch so, dass meine Mama, ich weiß nicht, ob das Einbildung ist, wahrscheinlich schon. Weil sie meint immer, dass sie es ihr hinten, die kann sich auch hinten nicht anschnallen. Die meint immer, ihr wird jetzt schlecht. Keine Ahnung, vielleicht auch so eine mindere Form von Klaustrophobie oder so. Chicken, das Menü, das gibt's bei dir, Simone? Den nehm ich auch, hab ich nicht. Natürlich kann der auch von vorne besser fehlen. Ich kenne mich am Polen, das ist nämlich super lecker. Und ich wollte gerne das Double Steakhouse Menü, wenn wir mal hier dran sind, aber wir haben's gleich geschafft. Hallo, bitte einmal das Double Steakhouse Menü und zweimal, äh, was war's noch? Crispy Chicken Menü. Der Geschirr-Tock ist immer so unangenehm. Danke, ein Double Steakhouse. Steigst du schicken ein, Kilo, oder Menü? Als Menü? Junge, wir decken einfach wieder die tägliche Dosis ein, weil mit diesen 20 Minuten ist so schön. Und? Das war's. Schicken. Double Steakhouse und ein Schicken. Double Steakhouse, alles Cola? Alles mit Cola, jawoll. Vorfahren bitte. Danke. Fuck, ist das geil. War doch erst einfach, oder? Aber original, meine Mutter, original, sie auch immer so, immer so. Das ist einfach Allmann. Das ist auch nicht mehr Englisch, das ist einfach Allmann. Wollen wir sehen, was kommt. Ja, Burger King zu Corona-Zeiten. Hier liegt mein, der heißt doch nochmal, Buffy Steakhouse-Burger, meine Pommes. Cola steht hier. Ja, meine Pommes, die stelle ich hier hin. Und ich lasse den Burger noch ein bisschen abkühlen und dann esse ich ihn. Abkühlen? Und hinten auch ein Komfort. Ich bin froh, wenn der warm ist, wenn ich mir was hole. Platz. Sind auch alle zufrieden. Also Cola schmeckt und Pommes schmecken auch gleich. Wie soll man das denn im Auto essen? Ich bin gespannt, wer zuerst fertig ist. Guck mal, Simon hat den Burger schon leck. Tja. Wie ist denn der John sein Burger? Der ist ja nur die Hälfte da. Ich hab's schon mal geschafft, mein Burger. Ohne Kleckern. Ich schon lange. Die haben eine Decke auf dem Rücksitz, das ist 102% Allmann. Das stimmt, hab ich gerade auch im Augenwinkel gesehen. Einfach eine Decke. Weiter geht die Fahrt. Bei schönstem Wetter heute. Und ich glaub, das war genau die richtige Entscheidung, dass wir... Aber das ist schon... Okay, guck mal. Ich dachte, John sitzt vorne, weil er die ganze Zeit filmt oder so. Und weil Simone da keinen Bock drauf hat. Aber jetzt filmt sie auch. Das ist schon... Der wird schon ganz schön verwöhnt in dieser Familie. Vorne sitzen. Sein Zimmer sieht ja aus. Ich mein, es ist auch Einzelkind, ne? Daher die sind eh immer ein bisschen bevorzugter, sag ich mal. Aber das ist einfach... Das mit dem vorne sitzen, das bringt mich nochmal in eine ganz andere Welt, wenn ich echt... Ja, wie wir gesagt haben, wir gehen nochmal raus an die frische Luft und sitzen nicht nur auf dem Balkon. Und ja, ich bin wieder sehr gespannt, wo es uns hinverschlagen wird. John, du auch? Ja. Ich erzähle noch einen Spruch. Ja, getankt haben wir auch noch. Im Moment sind die Preise ja auch sehr gut. Und ich hoffe mal, dass Stefan mal vollgetankt hat. Nein. Habe ich nicht. Ich tanke immer für 20 Euro. Voll fett. Ja, das ist mal wieder am falschen Ende gespart, würde ich sagen. Aber gut, wir fahren mal weiter. Die Straße ist hier auch gerade recht schön leer. Und ja, bis gleich. Okay. Junge, das ist so geil, man. Die Sonnenbrille. Das ist so heiß. Wobei jetzt alle wieder fragen, warum sitzt John vorne? Warum sitzt du vorne, John? John? Hinten? Ich würde mir... Hinten müssen Frauen sitzen. Hinten war besetzt. Ja, auch, aber wenn ich hinten wäre, dann wäre das Essen, was ich mir gerade reinstopfe, genau so schnell wie da rausgekommen. Pfeifertiger. Auch einfach von Geburt an sagen, du, mir wird einfach hinten schlecht. Ja. Als Kind hatte ich das aber im Auto, das mir beim Lesen schlecht geworden ist. Beim Lesen ist mir immer schlecht geworden. Aber DS spielen ging. John ist ein bisschen empfindlich, dem wird im Auto schnell schlecht. Und das Ganze ist nicht ganz so extrem, wenn er vorne sitzt. Und ja, keine Sorge, mich stört es überhaupt nicht, wenn ich dann hinten sitze. Alles gut und... Und er war auch viel eingebildet, glaube ich. Weil auf dem DS habe ich ja bei Pokémon und so weiter, habe ich ja auch immer lesen müssen. Ja, ich sitze hier... Weil man reich mal alles geskippt hat. Nur ein bisschen im Chaos, weil die Jungs hier irgendwie alles abgeladen haben. Hast du nur eine Ausrede gebraucht? Eine Ausrede nicht zu lesen, ja. Eine Ausrede nicht hinten sitzen zu müssen, hatte ich nicht, weil ich musste immer hinten sitzen. Und wenn jetzt manche wieder denken, was latschen die wieder in der Weltgeschichte rum, hier in so einem langweiligen Gebiet. Ich finde es hier nicht langweilig. Hier ist nämlich... Ein Baum. Schönes Waldgebiet. Und du, Johnny, was hast du, was du zu sagen? Du liebst sowas auch, ne? Spazierengehen? Nein. Oh mein Gott, ich habe es so gehasst. Ich habe es so herzlich gehasst. Wenn zu mir gesagt wurde, komm, lass uns spazieren gehen oder so, war ich immer raus. Eigentlich ist es nicht so meins, aber wenn man auch nebenbei eine Beschäftigung hat, die Spaß macht. Ich habe jetzt wieder Bock, irgendwas zu schnitzen, also suche ich irgendwelche Stecker, also macht mir auch Spaß. Ja, ist doch gut. Und ich habe mir gewünscht, einen Specht zu hören, den habe ich auch schon gehört. Also ich finde es auch sehr schön. Also das war jetzt bisher das Alman, das Oberalman, das ist die nächste im ganzen Video. Ich habe mir gewünscht, einen Specht zu hören. Und das war ihr Auftrag, da hinzugehen. Oh mein Gott. Und sie hat es geschafft. Let's go. Okay. 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 Auf jeden, Pippo. Jetzt haben wir den Salat. Er kommt nicht wieder zurück. Erstmal ganz großspurig hier auf dem großen Baum hier losmarschiert. Und jetzt natürlich. Oh Gott. So liegt der Weg zurück, ein bisschen schwieriger. Und ein bisschen lächerlicher. Aber ich habe kein großes Rahmen. Ich war aber auch so ein Schisser als Kind. Ich hatte Angst vor so Treppen. Ich bin immer, wenn ich irgendwo hochgeklettert bin, weil ein Freund dann irgendwie auf dem Dachboden sein Zimmer hatte, dann muss man so die Treppe hoch. Ne, nicht Treppen, Leitern. Leitern meine ich. Und dann bin ich runter, war immer voll. Nicht Treppen. Ich meinte Leitern. Ihr braucht gar nicht Fragezeichen steigen. Leitern meinte ich. Dann bin ich immer so, also so runter. Nicht mit dem Rücken, sondern so mit... Ach ja, kommt, haltet doch eure Fressen. Was für lächerlicher. Ich will dich mal sehen. Oha. Wadda den her raus. The bed is on. Ach, nicht reingefallen. Schade. Ja, hier geht es nämlich nur um die Knicks, ne? Mir geht es um meine Belustigung, die ich auch mal brauche, wenn man hier so in so eine schöne Landschaft geht. Um die Schadenfreude geht es dir, ne? Du kannst noch reinspringen. Schnell gecuttet. Bestimmt gesagt halt Small, kleiner. Schnell weggecutt. Und Elmhorst sind die. Wo sind die Elmhorster? Letztlich mir ein paar Ziele, ein paar Vögel, die ich hören möchte, die ich zwar nicht unterscheiden können, aber dann wird safe man hier. Sind wir live dabei, John sucht Ostereier. Und er findet es nicht. Junge, Simon hat Eier mitgenommen, um welche zu verstecken. Das war schon, als Kind war das immer geil. Bei Oma im Garten immer Eier suchen. Hä? Wo guckst du denn überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, was du willst. Ey, wieso, mein darfst du noch finden, ey? Wie man das finden soll? Das rote Ei hier auf diesem hellen Boden, das kann man auch schlecht finden. Das hat sich gekahnt. Ja, bei diesen weiteren, ähm, da nehme ich jetzt einfach mit. Ich sammle dir jetzt einfach. Kann ich die auf der Autofahrt essen? Junge, die sind ja alle auf dem Weg, Simone. Das sind aber keine kreativen Verstecke. Aber wir erinnern uns ja alle von unserer Deutschland-Tour. Also Schokolade in den Taschen finde ich jetzt nicht so gut. Ich denke da nur hier an das Frühstücks-Nutella, was es im Hotel gab. Ja, Nutella ist halt das Beste, was man haben kann. Jetzt ist das Nutella wohl heiß geworden und ist in meiner Hosentasche geplatzt. Das hatte ich, glaube ich, noch nie, aber ich hatte schon mal Kaugummi noch. So ein Kaugummi ins Papier und in die Hosentasche und dann wurde die gewaschen und ja. Und ja, mach ich das mal weg. Ähm, ich hab sie in meiner Tasche, weil ich die so unterwegs essen wollte, die Nutella. So, ähm, hab ich aus dem Hotel mitgenommen. Jetzt kann ich diese Dauerei erstmal auf meiner Hosentasche rausmachen und... Was ist für ein geiles T-Shirt? Ja, hab mich gerade erschrocken. Auf einmal hat sie ein bisschen so leise geknallt und dann, äh, halt den ganzen Scheiß an der Hand. Sind wir froh, dass es nur Nutella ist? Für mich heißt es auch das, Nutella. Das ist doch nichts anderes. Oh, iiiiihihi. Vielleicht solltest du das lieber jetzt essen. So, also im Wald hat John ja schon zwei Ostereier gefunden. Das war aber alles außer der Reihe bei uns. Woher ist das hier nochmal? Ich kenne das irgendwoher. Loriot. Jetzt geht's jetzt nämlich los mit der lustigen Ostereier. Sieht aus wie Jepp. Ja, ein bisschen. Ja, Such-Challenge. Und zwar, ich werde die Ostereier, unsere Ostersüßigkeiten verstecken. Und Stefan und John, ja, müssen gleich um die Wette suchen. Und wer die meisten Ostereier gefunden hat, ähm, ja, der hat natürlich gewonnen. Und ich bin gespannt. Ich muss mir jetzt erstmal ein paar Verstecke aussuchen. Und, ja, viel Spaß beim... Wollte ich damals immer nur wegen der Klingel haben. Beim Suchen gleich, Jungs. Ich gebe mir echt Mühe und mache es euch ein bisschen schwer. Gut, dann auf geht's. Im durchsichtigen Glasverstecken ist 10 von 10 versteckt. Ja. Da wird so viele Eier versteckt, das war ja... Junge, wow! Was ist das denn hier für eine Waffe? Das ist ja ein Holzstück mit Nägeln drin. Wow! Digga, was? Und dann neben eine Nerfpistole. Mäh. Die Nägel waren ja Fallspunk drin, oder nicht? Die müssen noch durchgucken, damit die Spitze... Wenn der Vater frech wird. Ich glaube, bei dem ist es eher, wenn Simone frech wird. Wow! Wrestling-Figuren! Digga, John wird mir immer sympathischer. Hatte ich damals genauso. Ich hatte aber nur einen Ring. Das war schon schneidend. Nein. Stuck. So, jetzt geht's ans Auszählen. Ich predikte, Stefan hat gewonnen. Gerichtemäßig? Würde ich mal sagen, steht gar nicht so schlecht da. Zwei Arten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 Eier. Ich glaube, ich muss nicht zählen. Zwei zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25 Eier. Hier, das ist doch Osterprofi. Die werden wir aber gut schmecken, die Eier. Die Eier... Das erste ist der immer sofort. So, ich hoffe, es bleibt auch noch einiges für mich übrig, was die Jungs jetzt nicht gefunden haben. Immer rein mit den Eiern. Als ob sie sich die ganzen Verstecke merken konnte. Und dieses andere fotografische Gedächtnis. Ja, viele sagen hier immer, typisch deutsche Familie. Jetzt kommt der Beweis. Ihr habt recht. Genau, der Klassiker für Ostern ist nämlich der Osterzopf. Re-Rap kenne ich nicht. Und ich dachte, ich wäre deutsch aufgewachsen. Der Hefezopf, und den mache ich jetzt. Den gibt es nämlich gleich zum Frühstück. Also, typisch deutsch. Wir haben schon seit vielen Tagen dieses Spiel hier, was wir uns bestellt haben, als es noch Regenwetter war. Zuhause liegen und noch nicht ausprobiert. Das ist ein Spiel für die... VR-Brille. VR-Brille, genau. Virtual Re... Boah, die haben einfach alles. Granite hier oder so? Naja. Wie auch immer. Jetzt ist es mal die Zeit, dass wir es mal austesten. Ich bin völlig mal gespannt. Ich glaube, von dem, was ich so auf den Bildern gesehen habe und was ich mir im Internet angesehen habe, dass es echt gut ist. Also, dass man da ein tolles Rundum-Erlebnis hat. Tja, diese Ärsche werden sich nicht kampflos ergeben, Kumpel. Jetzt ist ein Autorennen. Sicher! Hier, halten! Wo ist Stefan? So hat er sie gerade umgedreht. Wo ist sie ohne? Hier, halten! Deutsche Mad Max. So, wie sie... Keine Ahnung, also ich finde, wenn man sich die Grafik und so anguckt, dann ist VR einfach noch nicht ausgereift, dafür, dass es richtig geil ist. Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber sieht... Guck mal, die Grafik für PlayStation 4, das ist so wack. Ja, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie die das aufgenommen haben. Wahrscheinlich mit der PlayStation-Aufnahme-Funktion oder so. Ich glaube, dass die eine Elegator-Habnis sind. Hier, halten! So, wie ich sehe, ist das schon schön im Spiel drin. In einer wohl gerade etwas schwierigen Stelle, wie es aussieht. Ja, die kommt von einem Seite, wenn solche Gegner hin, ab sie ist die Wurst. Aber das Spiel ist echt super, auch wenn mit Dietrich Schlösser knacken, also, das macht echt Spaß. Los geht's. Mit dem Dietrich Schlösser knacken, das macht echt Spaß, muss ich sagen. Oh, das geht. Junge, das ist Stefan am Suchten jetzt. Bekämpf ich dich jetzt erst. Latsch mal nach. Da kraut es mich der ganze Zeit. Ist das ein Horrorspiel? Wenn ich das alleine zocken würde, würde ich aber richtig den Kackstift in der Hose haben. Schießt, du triffst die ganze Zeit nicht. Schießt ihn irgendwo überall hin. Nachladen. Na, schieß. Zur Position gehen. Ja, wie man sieht, ist Stefan auch noch neu im Spiel, genau wie ich. Das heißt aber braun gebrannt, man. Aber das Video hat jetzt eine gewisse Länge erreicht, wo man das Video auch beenden könnte. Und ja, machen wir das mal. Hä? Ja, sagen tschüss. Tschüss. Ja, an dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Schon zu Ende. Feels bad. Feels bad. Das war wieder so schön. Also wieder ein 1-1-2. Tschüss! 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 twitterkants wow en